Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 3 ODST. Und wir sind jetzt gerade hier bei dem Teil, was wir gefunden haben. Es ist ein Drohnenkampf. Was? Drohnenkampfoptik. Was das auch immer ist, wir gucken uns das mal an. Was ist hier bloß geschehen? Hast du von Miki gehört? Dutch? Wir müssen hier raus und eine Verbindung herstellen. Eine unserer Drohnen muss sie gesehen haben. Dann schauen wir mal, was damit passiert ist. Der Super Intendent würde es uns sagen. Vorher habe ich Independent gesagt, aber das ist Intendent. Super Intendent. Dutch. Uplift natural. Serveral. Irgendwas. 30 Minuten nach Abwurf. Das ist die Drohne. Action. Wir haben hier die dicken Waffen mit Dutch. Aber naja. Wir wachsen erst mal auf die Waffe. Hier gibt es auch einen kleinen Erfolg, den man machen kann. Neue Insel. Schließen Sie sich den Verbündeten-Tropen an. Ja, mache ich. Uh, Verbündete. Ja. Uh, ist das hell. Überall Millennium-Falken. Ist ja unglaublich. Soldat, hier drüben. Helfen Sie, das Fahrzeug zu sichern. Okay, klar. Bitte aufsteigen, Freunde. Freunde. Ich habe nicht unendlich Leben. Achtet auf den Chopper. Wenn ihr ihn nicht trefft, reißt er uns in Stücke. Mach den Chopper kaputt. Ja, Chopper. Das selbe Team. Na komm. Reißen von seiner Plattform. Ihr reißt auch nicht zum Schutzkopf. Danke. Prost. Ich muss zum Chopper. Du Mist. Mein erster Tod. Na toll. Und ich starte natürlich schön mit dem Nachtsicht. Keine Angst, das werde ich tun. Bin ich froh, euch zu sehen. Der kleine Wichst-Typ, ey. Geben wir eure Plasma-Pistole. Hier. Wo ist jetzt der Ghost von eben? Wo ist der Ghost von eben? Danke für die Hilfe, Soldat. Setz den Wartalk in Bewegung. Dieser Sektor muss geräumt werden. Bestätigt. Verpiss dich. Yeah. Na los, Soldat. Die Bahn, ich schieße. Ich hab was viel besseres, Mann. Ein Chopper. Ich hätte ehrlich gesagt gerne den Ghost. Naja. Jetzt ist zu spät, dass hab ich den Chopper mitgemacht. Komm her. Los, wir brauchen den Hawk, um mit den Allianz-Einheiten fertig zu werden. Ich hab was besseres, Mann. Als dein Billigzeug-Ding ins Kirchens, ganz ehrlich. Lose Arbeit. Boom, 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 boom. Oh, noch ein Chopper. Wird das ein Chopper-Fight? Ja, schau sie ein und fahren sie. Boom. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ach ja, Granate werfen wir mal mit X. Äh, mit B. Ja. Ich bin kein Master Chief. Ich vertrag gar nix. Oh nein, schon wieder hier. Okay. Okay. Ich hab ein Problem. Die wollen das nicht anders. Soldat, hier drüben. Helfen Sie, das Fahrzeug zu sichern. Komm her, du kackbratzige, kackbratze. Das dürfte ich gut gebrauchen können. Gib her den Scheiß. Hm? Danke für die Hilfe, Soldat. Setz den Warthog in Bewegung. Dieser Sektor muss geräumt werden. Bestätigt. Wo seid ihr, ihr kleinen Pisser, hm? Okay, das wird schwer zu treffen sein. Jetzt, wo er sich auch noch grad bewegt. Na los, Soldat. Sie fahren, ich schieße. Mist, Kerl. Wo ist der zweite? Oh, den könnte ich auch noch rausschalten. Los, gebrochen den Ork, um mit den Allianz-Einheiten fertig zu werden. Ich brauche eine Plasma-Pistole. Ich brauche eine Plasma-Pistole. Soldat, steig sie ein und fahren sie. Am Arsch. Okay, jetzt steigen wir hier nochmal kurz aus. Und verledigen den da hinten. Wir haben ihn nicht getroffen. Wir TF. Wir haben noch einen Schuss. Oh, mein Ghost lebt noch, mein Ghost lebt noch. Sehr schön. Ähm. Ich hätte gerne als Ersatzwaffe das Dinges Kichels. Ihr könnt mit eurem Schrott selber fahren, ganz ehrlich. Was viel Geileres. Ja. Wuhu. Ich weiß nicht mehr ganz, äh, welche... Gottes Willen. Was? Weiche von mir? Weiche von mir? Alter, wenn der mich getroffen hätte, die müssen mich nur einmal rammen und ich explodiere. Ich weiß nicht mehr, welchen Erfolg es hier gab, aber irgendeinen Erfolg gibt es hier mit Durchfahren. Ich weiß aber nicht, welchen. Ich glaube, ohne irgendwie Schaden zu machen oder irgendjemanden zu töten. Ohne diese Boden und hohe MND-Tiere schreien wir zu Ort. OAS-T meldet sich zum Dienst, Sir. Schön, dass Sie kommen, Soldat. Gehen Sie durch den Park zu meinem zweiten Vertun. Wir haben große Verluste und brauchen dringend Verstärkung. Verstanden. Bin schon unterwegs. Aber ich glaube ohnehin, dass man das auf legendär machen muss. Von daher ist das halb so wild, wenn wir jetzt hier nicht durchfahren wie so ein Berserker. Wo ist der Rest Ihres Teams, Soldat? Verstreufe, tot, keine Ahnung. Gerade. Wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Verziehe nicht. Alter. Lernen wir fahren. Banshee. Willst du dich mit mir anlegen oder was? Willst du dich mit deinem Ghost anlegen? Fahren wir erstmal weiter. Einfach so, was leckt mich, Freunde. Ich gehe nach Hause. Okay. Okay, das war der falsche Weg. Macht aber nichts. Wir können hier immer noch weiterfahren. Juhu. Habe ich sie alle getroffen? Wir haben das zweite Statur fast nach Reich, Soldat. Helfen Sie schon und rücken Sie dann zum Primärziel vor. Was ist denn das Ziel, Colonel? Wir erinnern sich an den Allianz-Präger, der gerade entkommen ist. Wir müssen die Landeszone rum ein wichtiges Objekt sichern. Hi. Oh Gott. Ich muss sie weg. Ähm. Hallo, Freunde. Ist das ein Ghost? Nein. Wo ist der Colonel? Sitzt nahe der Allianz-Landeszone fest. Sobald die feindlichen Panzer wechseln, können wir über die Brücke zu ihm fahren. Okay. Schnappt euch den Chopper, Mann. Und ihr lasst euch bitte nicht überfahren von so einem billigen Brut. Bist du ein Gegner? Nein. Du bist ein Freund. Siehst du, die schnappen sich jetzt die Chopper und helfen mir, alles hier fertig zu machen. Okay. Wer wagt es? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin mehr tot als lebendig. Lasst mich. Huiuiuiuiuiuiuiui. Der ist noch ein Chopper. Ich weiß nicht, auf welcher Seite er ist. Aber wir werden mal hinfahren und gucken. Ich glaube, er ist auf der anderen Seite. Auf der Feindlichen. Oder auch nicht. Wir werden angegriffen, ne? Das ist einer der Menschen. Ich zieh dich. Gott, ich werde von irgendwelchen Bullets attackiert. Ich muss den Geschütz-Heini umbringen. Einfach nur draufballern, die sind Error und das Ding explodiert gleich. Boom. Alter, wie viele Feinde sind denn hier? Oh, stick mich bitte nicht. Jo. Das ist zwar actionreich, aber sinnlos, mein Freund. Oh nein. Noch so ein Wichser. Komm, krepiere du scheiß Brood. Okay, der Brood ist weg, das heißt, der Ghost ist machtlos. Aus dieser Entfernung, also aus dieser Entfernung, von dieser Nähe aus kann er gar nichts machen. Ich könnte auch quasi jetzt in das Loch reinschießen. Ja doch, da. Seht ihr den Kopf? Wir machen das einmal kurz, einfach nur so, just for fun. Dann lass mich da hoch. Freund. So. Wir müssen nur seinen Kopf treffen. Hey. Die haben ihn kaputt gemacht. Nein, ich hätte ihn jetzt benutzen können. Hast du gerade mein Gefährt geklaut? Alter. Kein Problem, den Rest können wir zu Fuß zurücklegen. Also, da sehe ich kein Problem mit. Da hat er gepennt. Einfach so sein Tod verpennt. Ja, warte, warte, warte. So, Freund. Das ist nicht sein Kopf gewesen. Aber er weiß, dass ich jetzt hier bin. Bewegung, Soldat. Über die Brücke mit Ihnen. Los. Oh Gott. Huh. Zwei Schuss habe ich noch. Ist er tot? Da. Da war ein Grunt drin. Ah, scheiße. Spasti. Was war's? Hä? Ach, der Kollege lebt noch. Was passiert denn da? Also gut. Brücke. Was für... Wo soll ich... Brücke? Was? Was wollen die? Habt ihr gelitten? Haben wir hier eine Karte zur Verfügung? Ja. Äh, unser Einsatzstil wird wohl da irgendwo sein. Das hier ist das finale Gebiet. Juhu. Ich komme zu euch. Keine Sorge. Alles wird gut. Ich bin ja da. Hm. Ach ja, die alten Maps. Wie schön die damals waren. Wie Bungie das toll gemacht hat. Und 3-4-3 es zerstört hat. Aber wo soll ich jetzt hin? Zu dem Hans oder die da hinten hin oder was? Willst du mit mir reden? Ich wollte doch gerade Feierabend machen. Wo soll ich jetzt hin? Ah, Brücke. Ah, Brücke, Brücke. Ah. Da muss ich hin. Ah, das ist gut. Das ergibt ja Sinn natürlich. War das hier die Brücke? Oder das komme ich von da her. Von da komme ich, ne? Die Brücke war... Lass mich mal kurz koordinieren. Auf der anderen Seite. Da, irgendwo in die Richtung muss die Brücke sein, ne? Ja. Die haben hier irgendwas für eine Brücke geschwafelt. Von daher wird das hier wohl richtig sein, ne? Yay. Oh Gott. Das war knapp. Ein bisschen knapp. Oh naja. So, gehen wir halt mal hier hoch. Kein Problem. Wie soll man den Eingang auch zur Brücke sehen? Ganz ehrlich, ist das hier der Eingang oder was? Oh man, ich brauche einen Gefährt. Ja. Da ist ein Eingang. Brauchen wir was zum Fahren. Das ist auch unmöglich hier. Oh ja. Ein Ghost. Danke. So, dann wollen wir mal. Oh je. Was zum Teufel ist passiert? Der Slipspace-Riss. Er muss die Traghänge beschädigt haben. An alle Einheiten. Viele bewegen sich. Räumt das Gebiet. Bevor noch mehr Trümmer einschlagen. Colonel? Sir! Verdammt, er ist tot. Na da, den Hügel rauch. Wir müssen raus aus diesem Park. Hitler. Ich bin auf dem Weg. Äh, ich bin auf dem falschen Weg. Und gleich bin ich die tot. Lass mich. Lass mich. Hab nicht viel Leben. Hab die sich gerade gegenseitig fertig gemacht? Ich glaube ja schon. Nein. Huh. Ich weiß nicht, will ich hier sein? Scheiße. Äh, wir pflanzen uns mal hier hin. Ganz kurz. Was zum Teufel? Leck mich. Weißt du was, wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Ach, verdammt. Ich habe ja keine Plasmapistole mehr, ne? Mach nichts. Er ist gleich lieber, wenn er wiederkommt. Seinen Helm hat er schon verloren. Das heißt, er ist gleich am Arsch. Hey! Verloben. Er fällt nicht um, der Sack. Geht doch. Geht doch. Hallo? Hallo? Geht doch. Ich hoffe, einen auch schwachen zu machen, ey. Komm her. So. Bist du ein Kopf? Das war ein Kopf. Oh Gott. Lass mich. Huh. Huh. So. Und zwar möchte ich gerne... ...den Deckel aufschießen von dem. Was? Der wäre tot. Okay, es reicht. Es reicht. Es reicht. Wegen euch verballere ich keine Munition mehr, ihr Schweine. Nimm das. Und das. Und das. Oh Gott, den habe ich ja richtig ins Gesicht gepfeffert bekommen. Naja, Freunde. Ich würde sagen, den benutzen wir, um einmal kurz den Part zu wechseln. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. 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 Vielen Dank.